UNTERTITELUNG Pass bitte gut auf Pavo auf. Ihr müsst immer ein Auge aufeinander haben. Vielleicht haben wir ja Glück und müssen gar nicht kämpfen. Wir hätten auch laufen können. Aber in den Krieg läuft man doch nicht zu Fuß, Bruderherz. Unsere Männer sind alle in Rautow, um die Grenze zu sichern. Los gehen wir ins Lager und machen uns einen Kaffee. Die Russen sind heute Morgen um 6 Uhr bei Mette Perdi und Rautow über die Grenze marschiert. Unser alter Feind Russland reift unser Heimatland an. Unsere Armee hat den Russen schon mal gezeigt, dass dies kein Spaziergang für sie werden wird. Nicht einen Zentimeter werden wir zurückweichen. Männer! Sie kommen! Unsere Verteidigungslinie ist so dünn, dass die verdammten Russen einfach so durchspazieren können. Keiner von uns wird lebend zurückkehren. Und diese Dinger sollen was gegen die Panzer ausrichten? Die neue Geheimwaffe. Wir werden da rausgehen und unsere Stellung zurückhauen! Ein Stück für Schuss. Eine Führung der Tränen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017